Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Resident Evil. Letztens waren wir in dem Raum, haben ein paar Sachen abgelegt. Machen wir mal direkt weiter und schauen uns in dem Haus mal um. Leck mich. Okay, die haben sich, glaube ich, beide verabschiedet. Der Türknopf ist kaputt. Wir haben es entsperrt. Jawohl. Lieber einen Schuss verschwendet wie tot. So, da müsste er. Dann mache ich später. Aha, ein Buch. Das lese ich jetzt aber nicht. Das ist mir zu viel lesen. Da braucht er nichts. Ist nur das Buch da drin oder was? Das kann aber auch nicht sein. Komisch, das ist nur das Buch. So, wir haben das Türknopf wieder entsperrt. Und wir sind beim kaputten Türknopf wieder hinausgekommen. Passt. Das war jetzt unnötig. Dann gehen wir die Richtung jetzt. Dann gehen wir die Türknopf wieder auf. Dann gehen wir die Türknopf wieder auf. So, ist der jetzt tot, rinnt der Blut aus. Dann, aber nicht tot. Barry! Barry! Dann gehen wir die Türknopf wieder auf. 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 Was ist das? Was ist das? Das ist eine Weapon. Das ist wirklich мощig. Es ist besonders gegen die Dinge zu leben. Das wäre gut, dass es mit dir mit ihr ist. Aber wie geht es dir, Barry? Was mache ich mit dem ohne Granatenwerfer? Da hat er nicht mitgedacht, der Barry. Und ich werde runtergehen in die Haupthalle. Und dann zum Speisesaal weiter. Aber ich habe noch 10 Schüsse. Und da dann werden wir uns nämlich jetzt umschauen. Weil da waren wir ja noch nicht drin. Noch nicht wirklich. Aber ich weiß, dass da Munition noch mal liegt. Genau. Und da habe ich mich nie mehr mehr daran können. Und da habe ich mich nie mehr daran erinnern können. So. Sie ist versperrt. Okay, wie hat er da rein? Dietrich benutzt. Die Meister, die benutzt den Dietrich. Ah, der verdächtige Kasten. Ja, wir wollen die Noten nehmen und wir wollen auch Klavier spielen. Aha, muss ich genau drauf schauen. Tatsächlich. Oh, ein guldenes Wappen. Dann werden wir das Hölzerne benutzen. Also sind wir für ewig hier eingeschlossen. Das wollen wir ja auch nicht. Das würde ich wahrscheinlich nicht in echt machen, wenn ich irgendwo einschließen. Wie immer. Ah, ist von innen versperrt. So. Was haben wir denn da? Oh, jetzt habe ich Nein gedrückt. Ich tapp. Wo gehe ich jetzt hin, ist die Frage. Ich werde wieder einfach den Weg, den Weg bin ich gegangen, glaube ich. Ich werde dann einfach wieder hingehen. Diesmal auch gleich die Hunde töten. Und dann werde ich ganz geschmeidig... Und dann werde ich ganz geschmeidig... Ops, warum verschiebt das? Oh, komm her. Oh, komm her. Ist jetzt endlich vorbei? Ja. So, ist da was dahinter ist oder nicht? Nein. Ja, ein Magazin. Und ich säge dem noch 3 Schuss in der Pistole. Ach komm. So. Es lockt. Waren wir da schon drin? Oh ja, da waren wir schon drin. Aber da kann ich mich nicht mehr erinnern, dass wir da drin waren. Doch, da waren wir auch schon drin. Der Grafikfehlerraum. Da haben wir ein Tal schon drin. Wir werden es gleich sehen. Ich glaube, ich weiß mal, wo wir sind. Ah, okay. So, das heißt, da kommen wir zum Speicherraum. Wir füllen die Treppe rauf. Und da ist auch noch eine Tür, glaube ich, wollen wir noch nicht fahren. Aber zuerst werde ich schauen, ob wir an diese Tür... Ah, okay. Da bin ich jetzt komplett gestört. Ah, das Blut. Ah, das Blut. Ah, das Blut. Ah, das Blut. Das Blut läuft aus, das ist schön. Ah, das Blut läuft aus, das ist schön. Ah, das Blut. Ah, okay. Ah, okay. Da muss man wahrscheinlich, so ein Sonnen-Zyklus den Malen. Malen soll ich, reinstecken die Sachen, dass es richtig ist. Das habe ich schon gewusst, dass die da sind, aber ich glaube, die macht mich erst nervös, wenn man läuft, dann will ich die nicht nervös machen. Was soll ich denn noch? Schauts nicht so blöd. Ah, da gehts Wetter. Aha, nein. Jetzt muss ich kurz das Rätsel resetten, indem ich rausgehe. Aber ich will die Raben nicht verärgern. So, und dann gehen wir wieder zurück. Wo haben wir noch still das Neugeborene? Okay, das war da. So. So. Dann haben wir einen kleinen Kind. So. Dann haben wir einen kleinen Jungen. Ja. Ja. Das haben wir schon. Dann. Oh, ich warte mal schnell. Ich schaue jetzt auch, weil ich zu schließlich wieder tausend Fehler mache. Das haben wir auch schon. Ah, da haben wir schon. Das erste Emblem. Lass mich ja in Ruhe. Nicht essen. Nein, Pfui. Ah, jetzt laufe ich. Ihr Penner, ihr Penner. So, dann werde ich das gleich einsetzen. Dass der Inventarplatz wieder leer ist. Ja, ich weiß eh, was es macht. So, dass ich es wegklicken kann. So, dann gehen wir hier wieder durch. Mittlerweile kenne ich ja die Wege schon so halbwegs. Muss mich nur dran gewöhnen. Jetzt gehe ich nämlich dorthin, wo der Barrier reingegangen ist. Lass das in Ruhe. Du musst dich nicht mit alles spielen, was du siehst. Chill. Aber, das werde ich auf dem nächsten Part machen. Haha. So. Ich sage mal wieder danke fürs Zusehen. Das war's mit dem Part. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Euer Zlavus. Tschüss.